Hallo und herzlich willkommen auf Epic heute bei uns von Nextorch, die Saint-Torch 30C. Wir haben es euch kurz angeteasert auf der Enforce Tech schon mal, was es an Neuheiten geben wird dieses Jahr bei Nextorch. Und das ist einiges, seht ihr hier zum Teil schon hinter mir hängen. Kommt auch demnächst hier bei uns im Studio. Wir starten aber in die neue Saison mit der Saint-Torch 30C. Okay, die Saint-Torch-Serie von Nextorch kennt ihr bestimmt schon. Wir haben ja schon das ein oder andere Video gemacht. Das sind immer riesige Klopper mit amtlich Licht. Jetzt hat man gesagt, wir machen nochmal eine Kompaktversion, die Saint-Torch 30C. Natürlich nicht mit ganz so viel Leistung wie die anderen Lampen, aber immer noch ordentliche 15.000 Ansi-Lumen. Und eben halt auch in einem Format, wo man sagt, das ist tatsächlich auch gerade im Behördenbereich, sei es jetzt bei der Polizei, sei es bei der Feuerwehr, sei es beim Rettungsdienst oder wo auch immer man einen Suchscheinwerfer in der kompakten Form braucht, denke ich, das ist ein sehr, sehr gutes Mittel der Wahl, ohne eben den Nutzer oder Träger zu sehr zu belasten, was das Gewicht angeht und was auch die Kompaktheit angeht. Die Saint-Torch 30C ist aus hochwertigem Flugzeugaluminium gefertigt. Sie wiegt mit Batterie 787 Gramm. Der Akku ist hier quasi aufgeschraubt, wie man das auch von den anderen Saint-Torch-Lampen kennt. Kann dann auch als Powerbank genutzt werden. Das heißt, ihr habt hier einen USB-Anschluss und einen USB-C-Anschluss. Und ihr könnt hier den Akku auch ausschalten. Das heißt, im Lock-Modus könnt ihr quasi hier den Akku einmal ausschalten und habt dann aber hier eben die Möglichkeit, mit USB-C zu laden oder eben andere Geräte wie euer Smartphone über USB zu laden. Ja, gehen wir mal kurz über die Dimensionen. Ihr habt hier eine Gesamtlänge von 202 mm. Der Kopfdurchmesser ist 82 mm. Die Bedienung ist wieder mal denkbar einfach, wie man sich das auch bei Next-Torch wünscht. Ihr habt hier zwei verschiedene Schalter. Das heißt, ihr habt einen Kurzschalter und einen Langschalter, nenne ich es jetzt einfach mal. Der obere Schalter ist für den Turbo- und für Momentlicht. Das heißt, wenn ich da drauf drücke, habe ich nur für den Moment das Licht und kann dann damit die Lampe einmal kurzfristig aktivieren. Der hintere Schalter ist dann für die Dauerlichtmodi. Das heißt, wenn ich hier drauf drücke, habe ich hier den High-Modus. Und wenn ich jetzt den Taster andrücke, also nicht durchdrücke, sondern wirklich nur antippe, wechsle ich dann hier durch die Modi, gehe in den Mid-Modi, dann in den Low-Modi und zum Schluss nochmal in den Echo-Modus. Wenn ich jetzt nochmal drücke, habe ich Strobe. Das ist auch das Einzige, wo ich sage, bräuchte man jetzt nicht hier bei dem Suchscheinwerfer. Ist halt mit dabei. Schadet ja tatsächlich auch nicht. Und der Strobe ist auch nur über diese Kombination erreichbar. Das heißt, es gibt hier keinen Oh-Shit-Panik-Button, wie es bei den anderen Next-Torch-Lampen, die eben genau fürs Blenden auch gedacht sind, wo ich immer schnell auf Strobe komme, sondern da muss ich tatsächlich dann hergehen und hier den Strobe über die vierte oder fünfte Klick-Modifikation durchdrücken. Es gibt noch eine weitere Funktion und zwar die SOS-Funktion. Die habe ich, wenn ich den großen Schalter gedrückt halte und dann kurz warte, dann geht sie hier in den SOS-Modus und der bleibt auch nur so lange, wie ich die Taste gedrückt habe. Also das ist dann auch nichts, was ich irgendwie am Rucksack befestige, um auf mich aufmerksam zu machen, sondern da muss ich wirklich aktiv dann, sei es wenn der Suchhubschrauber kommt oder sonst irgendwas, dann drücke ich den SOS-Modus und habe dann die Lampe eben hier damit aktiviert. Ich habe hier auch nochmal eine zusätzliche Tastensperre, damit ich nicht jedes Mal den Akku abdrehen muss und ausschalten muss, um eben auch die Lampe zu sperren, wenn sie zusammengebaut ist. Dafür halte ich, beziehungsweise mache ich einen Doppelklick auf den kleinen Tast da vorne und dadurch ist dann die Lampe gesperrt und genauso lässt sie sich auch wieder entsperren. Kurzer Doppelklick und dann ist die Lampe wieder aktiv. Wie ihr das von den ganzen neuen Nextorch-Lampen kennt, habt ihr hier auch eine Batterieladestandsanzeige, die euch einmal kurz beim Einschalten blau aufleuchtet und dann anzeigt, wie voll der Akku noch geladen ist. In dem Fall hier seht ihr vier blaue Punkte, bedeutet der Akku ist zu 100% voll. Natürlich wollt ihr sicherlich auch wissen, wie lange die Leuchtdauer ist in den jeweiligen Stufen und die Reichweite. Ihr habt hier im Turbo-Modus keine Dauerangaben bei Nextorch. Das heißt, solange ihr die Taste gedrückt haltet, leuchtet ihr auch im Turbo. Ihr habt dafür auch ordentliche Kühlrippen, damit die Lampe das auch mitmacht. Das sind 15.000 Lumen dann, also die Maximalleistung und eine Reichweite von 515 Meter. Im High-Modus habt ihr noch 10.000 Lumen, die für zwei Stunden 45, 415 Meter weit leuchten. Im Medium-Modus habt ihr 5.000 Lumen, also halbiert vom High-Modus. Da läuft die Lampe dann 3 Stunden 45 Minuten auf 290 Meter. Im niedrigen Modus habt ihr 1.000 Lumen für 6 Stunden 30 und 135 Meter Reichweite. Das wäre übrigens auch der SRS-Mode, der läuft auch im 1.000-Lumen-Bereich. Und dann gibt es noch den Eco-Mode. Das ist natürlich dann wirklich ganz minimalistisch. 90 Lumen für 52 Stunden und eine Reichweite von 35 Meter. Die SaneTorch 30C ist mit drei Hochleistungs-LEDs ausgestattet. Leider hat uns Nextorch keine Info dazu gegeben, bis jetzt, welche LEDs das sind. Wir werden da nochmal nachfragen und das für euch dann auch nochmal in den Blog und in die Videobeschreibung packen, dass ihr diese Information eben auch noch habt. Der Akku besteht aus drei 4800 mAh Zellen und ist über den USB-C-Schnellladeanschluss in 1 Stunde 45 geladen. Eine ganz wichtige Funktion bei so einer Hochleistungslampe ist auch die Erkennung von Gegenständen vor der Lampe, um eben ein Feuer zu vermeiden oder eben Brandgefahr zu vermeiden. Ihr habt hier zwei Sensoren im Frontbereich, die eben genau dafür gedacht sind. Das heißt, wenn ich die Lampe eingeschaltet habe und hier eine Hand vor den Sensor bringe, seht ihr schon direkt, wie hier die Lampe runterregelt. Und sobald ich das wieder wegnehme, geht sie wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurück. Und damit ist eben die Gefahr nicht gegeben, dass da irgendwas in Brand geraten kann. Die 30C kommt mit einer Nextorch-Tasche, logischerweise, und einem Gurt, den man dann dazu benutzen kann, die Tasche zu tragen. Man kann aber auch den Gurt benutzen, um die Lampe selbst zu tragen. Die Lampe hat vorne am Kopf eine kleine Öse aus Metall natürlich, logischerweise. Und im hinteren Bereich hat sie hier drei verschiedene Möglichkeiten, den Riemen anzubringen. Die Lampe ist übrigens auch Tail-Stand, das heißt, sie kann auch auf ihrem Hinterteil stehen. Und so hätte ich eben die Möglichkeit, auch die Lampe dann einzuhängen. Am sonstigen Zubehör hat man dazu gepackt noch einmal natürlich die Bedienungsanleitung. Die findet ihr aber auch immer noch mal online, im Fall der Fälle, falls ihr keine Freunde von Papier seid. Und ein USB-C-Ladegerät inklusive Kabel für den Akku. Ja, was soll ich sagen, die Nextorch Saintorch 30C gefällt uns sehr gut. Sie ist so ein perfektes Zwischending aus Leistung und aus Performance mit 15.000 Ansi-Lumen. Und bei dem Gewicht und bei der Größe eignet sie sich perfekt eben für die genannten Einsatzbereiche wie Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst, was auch immer. Um eben einfach nochmal ein Mittel der Wahl zu haben, das ordentlich Licht macht und das auch natürlich für eine ordentliche Dauer an Leistung. Ihr bekommt die Nextorch Saintorch 30C überall dort, wo man Produkte von Nextorch kaufen kann. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Die Saintorch 30C? Ein willkommenes Mitglied der Saintorch-Familie oder nicht? Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Vielleicht auch, ob ihr selber schon die 30C im Einsatz habt. Und ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye. Man kann sich aber nicht nahe abräumen, ne? Es geht immer nur auf Entfernung. Ungekehrte I I I I I I I I Untertitelung des ZDF, 2020